Glühende Hitze, extrem volle Blase auf der Anreise Während der Autofahrt nach Spanien muss Katja äußerst nötig pullern. So sehr, dass sie es kaum noch aushält. Als sich schließlich einige Tropfen in ihr Höschen dringen, bittet sie ihren Freund anzuhalten. Beim Aussteigen spürt sie bereits, wie nah sie dem Kontrollverlust ist. Wie wird Simon auf die pitschnasse Hose reagieren? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr